Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Fenster und ich habe dazu erst mal wieder unser YouTube Projekt aufgemacht. Die Fenster finden wir hier links unter Planung. Entweder wir klicken hier wieder auf Fenster oder wir drücken einfach Shortcut F. Als allererstes gehen wir jetzt wieder mal ins Einstellungsmenü, also Command T und schauen uns mal an, was wir hier alles einstellen können. Hier ganz oben links gibt es einmal die Breite, also die Fensterbreite, die Fensterhöhe, die Brüstungshöhe, auch der Anschlag zum Wandkern. Hier unten finden wir einmal den Ankerpunkt. Das heißt, wenn wir jetzt hier das ändern, wird sich dementsprechend das Fenster auch an einer anderen Stelle dann befinden. Das heißt, wenn wir hier auf den linken drücken, dann können wir das Fenster mittig positionieren. Hier auf der linken Seite, hier auf der rechten Seite, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Hier rechts finden wir einmal die Darstellung. Das heißt, wir könnten hier die Grundrissdarstellung auswählen. Also wenn wir am Fenster was ändern, können wir das hier in der Vorschau direkt sehen oder wir wählen hier zum Beispiel auch mal die 3D-Ansicht. Aber das nutze ich nicht so oft. Also das ist nur wirklich als kleine Vorschau, als kleine Hilfe zu betrachten. So, als nächstes gehen wir zu den Fenstereinstellungen. Standardmäßig ist hier dieses Fenster wahrscheinlich bei allen offen und da können wir hier wieder die Rahmenhöhe eingeben. Das ist das gleiche wie hier oben. Das heißt, wenn wir hier die Rahmenhöhe auf 1,60 m ändern, dann wird sich das hier oben dementsprechend auch ändern. Wir können hier ein Oberlicht hinzufügen, wir können hier ein unteres Feld hinzufügen und auch die Flügelteilung so einstellen, dass es nicht gleichmäßig ist. Also hier bei 1,20 m wäre dann hier die Hälfte bei 60 cm. Wir können das natürlich auch ändern auf zum Beispiel 50 cm. Wenn wir hier oben draufklicken auf dieses Feld, haben wir noch wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber zumindest einige wichtige Sachen mal anschauen. So, wir können hier unten den Fensterrahmen einstellen. Das heißt, hier nochmal ganz exakt alle Maße ändern, so wie wir das brauchen. Auf Fensterflügel können wir die Teilung, also falls wir Sprossen zum Beispiel rein haben wollen, können wir hier die Anzahl der Sprossen eingeben, vertikal und horizontal. Wir können hier noch weitere Abmessungen eingeben. Bei Fenstergriff können wir natürlich den Fenstergriff wechseln. Das heißt, wir klicken hier auf das Häkchen und wählen uns dann hier einen entsprechenden Griff aus. Auf Öffnungstyp und Winkel können wir uns dann den Mechanismus einstellen, wie wir den Flügel geöffnet haben wollen. Das heißt, wird es nur gedreht, wird es gekippt oder was auch immer. Das kann man hier einstellen. Auf Öffnungslinie gibt es dann auch die Darstellung im 2D und 3D und ganz wichtig hier Modelleigenschaften. Das ist dann für die interessant, die 3D-Zeichnung hauptsächlich für die 3D-Visualisierung machen. Das heißt, hier können wir die kompletten Oberflächen einstellen. Das werden wir gleich auch noch machen, wenn wir das Fenster gezeichnet haben. Wandöffnung ist auch nochmal interessant und zwar können wir hier einmal den Anschlag wählen. Wenn wir die Dämmebene für das Fenster zum Beispiel rumziehen wollen, also je nachdem wie dann unsere Konstruktion ist, können wir das hier an der Stelle ändern und auch noch die Maße dazu eingeben. Der Schichtentzug ist auch nochmal sehr interessant. Da geht es dann darum, wie der Abschluss der Außenwand zum Beispiel gezeichnet wird. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das werden wir auch nochmal ändern. Wir können außerdem eine Heizkörpernische aktivieren. Das heißt, wir klicken hier drauf und es wird automatisch unterm Fenster dann eine Nische gebildet. Da können wir dann später auch noch einen Heizkörper reinsetzen. Hier gibt es auch noch einen weiteren Punkt, der heißt Vorrichtungen und Beschläge. Dort können wir dann zum Beispiel die Fensterbank außen aktivieren. Das heißt, entweder ist hier das Häkchen Gesetz oder nicht. Wenn wir eine Außenbank wollen, brauchen wir natürlich das Häkchen. Hier drüben kann man dann den Fensterbank-Typ auswählen. Da gibt es einige Sachen zum Einstellen und auch die Maße sind hier wieder frei auswählbar. Fensterbank in ist auch interessant. Da können wir auch ein Häkchen dran machen. Das wollen wir jetzt in dem Fall auch erstmal haben. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Einstellungen. Hier zum Beispiel zum Thema Sonnenschutz. Da können wir dann einen Sonnenschutz wählen. Die Modelleigenschaften können wir dann außerdem auch nochmal für die Fensterbank einstellen. Das heißt hier von Naturstein zu zum Beispiel Holz oder Metall oder was wir auch immer brauchen. Und dann gibt es hier unten auch noch die Grundrissdarstellung. So, wir klicken jetzt erstmal auf OK und werden uns das jetzt einmal anschauen, was wir hier überhaupt ausgewählt haben. Wenn wir das Fenster anklicken, also hier drüben auswählen, uns alle Einstellungen ausgewählt haben, dann haben wir jetzt hier einmal den Ankerpunkt auf der linken Seite ausgewählt. Das war das, was ich anfangs erwähnt hatte. Wir gehen jetzt einmal hier auf den Mittelpunkt, also Ankerpunkt in der Mitte und gehen jetzt hier auf diesen Mittelpunkt. Das ist jeweils dann der Mittelpunkt der Wand. Und wir sehen hier links so eine kleine Sonne an diesem Fenster. Das ist dann die Außenseite des Fensters und das haben wir schon einmal richtig dargestellt. Also wir könnten das auch in die Richtung machen, aber wir wollen es natürlich richtig machen. Wir klicken auf die linke Maustaste und können jetzt die Ausrichtung des Fensterflügels ausfüllen, also entweder nach innen oder nach außen. Wir machen es erstmal nach innen und klicken auf die linke Maustaste und haben jetzt einmal das Fenster gezeichnet. Sämtliche Einstellungen, die wir jetzt vorgenommen hatten im Einstellungsmenü, wurden auch tatsächlich übernommen. Das heißt, hier der Anschlag ist einmal richtig. Also hier geht die Dämmebene so über das Fenster. Also hier hätten wir zum Beispiel keine Wärmebrücke. Das haben wir ganz toll gemacht. Und wenn wir einmal ins 3D-Fenster gehen, dann sehen wir, dass auch hier alles sauber und schön gezeichnet wurde. Wir gehen jetzt einmal zurück in das Einstellungsmenü und schauen mal an, was wir noch ändern können und wie sich das dann auswirkt. Das heißt, wir können hier einmal die Fensterbreite wählen. Die machen wir einmal auf 2 Meter und sehen dann, dass das Fenster dementsprechend größer wird. Wir haben die Flügel ungleichmäßig eingestellt. Das heißt, das bleibt immer noch auf 1,5 Meter, 50 Zentimeter, was wir eingestellt hatten. Und der Rest des Fensters wird dann dementsprechend verbreitert. So, was in 3D-Fenster jetzt natürlich interessant ist oder am interessantesten natürlich für die Darstellung, sind hier die Oberflächenmaterialien, also die Modelleigenschaften. Und zwar können wir jetzt hier die Modelleigenschaften einmal ändern. Wir haben hier standardmäßig Fensterrahmen, also hier die Textur Fensterrahmen ausgewählt. Wir können das hier beliebig ändern. Wir könnten zum Beispiel hier auf Mahagoni-Holz gehen und können es dann dementsprechend für sämtliche anderen Punkte auch noch mal ändern. Und dann klicken wir einmal auf OK und sehen auch, dass hier einmal die komplette Oberfläche geändert wurde. Das sieht sehr viel schöner aus als dieses weiße. So, die Fensterbank werden wir auch noch mal ändern, ganz schnell. Wir gehen auf Modelleigenschaften und klicken dann hier auch einmal das Mahagoni-Holz an und klicken auf OK. Und das wurde dann hier an der Stelle auch einmal geändert. So, einmal in den Grundriss zurück und gehen jetzt einmal unter Schichteinzug. Das ist auch noch sehr interessant. Wir klicken hier einmal auf den ersten Punkt, einfach nochmal um zu gucken, was passiert. Und wir sehen hier, dass die Außenwand, also das Mauerwerk, was wir ausgewählt hatten, einmal hier rumgezogen wird. Wir gehen wieder zurück, Command-T und klicken jetzt einmal hier Anschlagputz an und klicken dann auf OK. Und jetzt wird das hier an der Stelle zum Beispiel auch einfach so geändert. Je nachdem, wie man das braucht. Das hängt dann ganz davon ab, welche Konstruktion man wählt. Kann man das dann da einstellen. Wir wollen jetzt erstmal nur das Ganze für die 3D-Ansicht vorbereiten, also für die 3D-Visualisierung. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal so. Was wir uns jetzt nochmal anschauen können, ist die Modelldarstellung. Und zwar sehen wir natürlich, dass hier keine Maße und so weiter eingefügt werden. Und das können wir unter Dokumentation ändern. Wir gehen auf Dokumentation, Modelldarstellung und gehen hier auf die Ausführungsplanung. Und jetzt sehen wir hier, dass einmal die Darstellung komplett geändert wurde. Und wir haben auch diese Infobox, die wir natürlich uns auch noch bewegen können, also die wir jetzt hier auch noch aus dem Weg schieben können und uns dann einstellen können, wie wir das brauchen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.